Musik Sie gehören zu den größten Schätzen der Menschheit, seit Jahrhunderten verehrt und gefürchtet. Doch oft steckt eine dunkle Geschichte dahinter. Ihre Schöpfer waren von Wahnsinn befallen oder lebten im Elend. Ihre Finder und Eigentümer wurden von Krankheit, Tod und Unglück heimgesucht. Wer wagt es, die Geheimnisse dieser verfluchten Schätze zu entdecken? Musik 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 Ein historischer Schatz kann auf viele Weisen verflucht sein. Doch immer zahlt sein Erschaffer, Finder oder Besitzer einen hohen Preis. Unsere Jagd nach verfluchten Schätzen beginnt im Golf von Neapel, in der verlorenen Stadt Pompeji, deren Häuser und Bewohner seit mehr als 1500 Jahren in der Zeit eingefroren sind. Im Oktober 2020 traf unerwartet ein Paket in einem Reisebüro in Pompeji ein. Musik Darin befand sich der Brief einer Kanadierin, die sich Nicole nannte, sowie mehrere Keramikscherben und Stücke einer Amphor. Nicole's Brief war ein Geständnis. Sie hatte 15 Jahre zuvor eine Reise nach Pompeji unternommen und die Artefakte gestohlen, weil sie, wie sie sagte, ihren ganz eigenen historischen Schatz haben wollte. Nun gab sie die Stücke zurück, doch nicht bloß aus Schuldbewusstsein, sondern weil sie angeblich unter dem Fluch der gestohlenen Schätze litt. Überraschenderweise ist sie nicht die Einzige. Im Jahr 79 nach Christus wurde die Stadt Pompeji völlig zerstört, als der Berg Vesuv ausbrach und die Stadt mitsamt sämtlicher Bewohner unter Tonnen vulkanischer Asche begrub. Wer vom Stein- und Ascheregen noch nicht erschlagen oder erstickt worden war, verbrannte schliesslich bei lebendigem Leibe. Pompeji war eine florierende, altrömische Stadt, die besonders wohlhabend war und viele Tempel besaß. Der Handel blühte, es gab Werkstätten und Willen für hochrangige Personen. Pompeji wurde erst 1748 wiederentdeckt. Als die Ausgrabungen begannen, fand man eine Momentaufnahme vom Leben in der Stadt vor. Eingefroren in der Sekunde, als die Vulkaneruption eintraf. Viele menschliche Körper waren vollkommen verbrannt, doch von der Asche konserviert worden. Pompeji ist heute ein so bedeutender Ort, weil die Stadt uns erlaubt, an diesem bestimmten Tag, als sie begraben wurde, zurückzukehren. Die menschlichen Überreste, von denen etwa 1150 gefunden wurden, zeigen den Moment ihres Todes. Wir sehen ihre Gesichter, Mütter, mit Kindern, Hunden auf der Strasse. Das tägliche Leben der Bewohner von Pompeji. Der Legende nach brach der Vesuv nicht aus, weil er ein aktiver Vulkan war, sondern aufgrund von etwas weitaus finstererem. Dem Fluch von Pompeji zufolge erlitten die Einwohner diese schreckliche Katastrophe, wegen ihrer schwindenden Moral und Gottesfürchtigkeit. Man glaubte, die Götter haben ihren Zorn in Form der Eruption auf die Stadt niederregnen lassen. Manche Leichen wurden mit erhobenen Händen gefunden. Man glaubt, dass sie zu den Göttern beteten, um gerettet zu werden. Pompeji ist längst nicht mehr nur für Archäologen interessant. Als Weltkulturerbe und Touristenattraktion zieht die Stadt jährlich Millionen von Besuchern an. Die Fundstätte ist zwar gut gesichert, aber inzwischen wird sie als Freiluftmuseum genutzt. Was bedeutet, dass Touristen aus aller Welt durch Pompejs Straßen laufen und sich alle Gebäude von Nahem ansehen können. Das macht die Erhaltung äußerst schwierig, weil Gegenstände mitgenommen oder beschädigt werden können. Erst in den letzten paar Jahren wurde die Menge der von Touristen mitgenommenen Souvenirs deutlich. Sie nahmen Teile von Pompeji mit nach Hause. Und das hat ihnen in den kommenden Jahren viel Ärger beschert. Über die Jahre wurden mehr und mehr dieser Gegenstände ans Kulturministerium zurückgeschickt. Oft lagen detaillierte Briefe dabei, die von Pech, Unglück, Unfällen, Verletzungen und Geldproblemen sprachen, die nach der Mitnahme aus Pompeji erfolgt waren. Sie glauben, der Fluch von Pompeji sei die Ursache. Eine der Geschichten, aus der die Idee von Pompejis Fluch erwachsen ist, ist die einer Frau namens Nicole aus Kanada. Sie soll mehrere Stücke mitgenommen haben und dafür vom Pech verfolgt worden sein. Bitte bringt sie zurück. Sie bringen Unglück. Ich habe ein Stück Geschichte für mich genommen und wegen der schlechten Energien sind Menschen aufs Grausamste gestorben. Sie schrieb, dass sie mit 36 gleich zweimal an Brustkrebs erkrankt war, weshalb man ihr beide Brüste abnehmen musste. Die Familie erlitt außerdem finanzielle Probleme und sie schrieb all diese Leiden dem Diebstahl dieser scheinbar verfluchten Artefakte zu. Sie bettelt regelrecht darum, nicht verurteilt zu werden und ihre Familie und Kinder von diesem Fluch zu befreien. Sie sucht Vergebung für den Diebstahl, auch von Gott, wie sie sagt. Nicole fügte zwei kleine Mosaikteile bei, ein Stück Töpferware und ein Keramikfragment. Wäre Nicole ein Einzelfall, könnte die Idee vom verfluchten Schatz von Pompeji wohl kaum bestehen. Doch sie ist nicht allein. In einer anderen Geschichte von 1982 nahmen Leute ein Stück von einer Säule aus der Stadt mit und wurden seitdem von lebensveränderndem Pech verfolgt, weshalb sie das Stück zurückgaben und in einem Brief um Vergebung baten. Und auf die Befreiung vom Fluch hofften. Darin heisst es, diese kleinen Stücke stammen von den Säulen Pompejis. Seit wir sie 1982 mitgenommen haben, haben wir Unglück. Wir wissen nicht, ob es ein Zufall ist. Über 200 Gegenstände wurden zurückgegeben. Und so beschlossen die Verantwortlichen des archäologischen Parks von Pompeji, etwas zu unternehmen. Sie dachten, das sei eine interessante Geschichte, die Teil der Fundstätte von Pompeji ist. Also beschlossen sie, einige der Briefe auszustellen. Darum gibt es nun eine Sammlung von Briefen und Artefakten, die über die Zeit zurückgegeben wurden. Der Fluch von Pompeji hat zwei Aspekte. Der erste ist der Glaube, das Volk von Pompeji habe diese schrecklichen Konsequenzen und die Zerstörung ihrer Stadt durch ihre unmoralischen Handlungen und Gotteslästerung selbst über sich gebracht. Doch die Stadt lag nun mal am Fuße eines aktiven Vulkans und es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Unheil geschah. Ich glaube also nicht, dass Pompeji durch die Rache der Götter zerstört wurde. Selbst in der säkularen Welt des 21. Jahrhunderts glauben viele noch immer an Karma und an Gerechtigkeit für vergangene Missetaten, die irgendwie zu uns aufschließt, dass diese Dinge sich ausgleichen. Vielleicht liegt irgendwo ein Hauch von metaphysischer Wahrheit darin. Doch gibt es wirklich einen übernatürlichen Fluch, der irgendwie diese kleinen Terrakotta und Mosaikstückchen heimsucht? Unwahrscheinlich. Ich denke, der echte Fluch ist der, der in die Köpfe der Leute kriecht, die etwas so Tragisches und Wertvolles aus einer Stadt stehlen, die verdammt und in der eigenen Asche verbrannt wurde. All ihr Touristen von Pompeji, denkt immer daran, die Stadt und ihre Toten zu respektieren, sonst könnte schreckliches Unheil über euch kommen. Als nächstes reisen wir nach Deutschland, wo ein unglaublicher Fundus an wertvollen Kunstwerken als zerstört und für immer verloren galt, bis er an einem unscheinbaren Ort entdeckt wurde, wo ein einsamer alter Mann ihn bewachte. Die Gurlitz-Sammlung, manchmal auch Schwabinger Kunstfund genannt, ist eine Sammlung atemberaubend wertvoller Kunstwerke. Zusammengetragen durch einen von Hitlers persönlichen Kunsthändlern, enthält sie zahlreiche von Nazis beschlagnahmte Stücke jüdischer Besitzer. Die Liste von Künstlern, die in der Sammlung enthalten sind, ist unglaublich. Gougain, Degas, Manet, Monet. Die umfangreiche Sammlung ist weit über 100 Millionen Dollar wert, doch sie hat ihren Besitzern äußerst wenig Freude bereitet. Im Jahr 2010 wurden Beamte des deutschen Zolls misstrauisch, als der 77-jährige Cornelius Gurlitz die Grenze von der Schweiz nach Deutschland überquerte. Er trug eine enorme Summe Bargeld mit sich. Zollbeamte an der schweizerisch-deutschen Grenze waren alarmiert, weil viele ältere deutsche Personen Schweizer Banken nutzten und Bargeld über die Grenze transportierten. Cornelius Gurlitz wurde eines Tages mit einem Umschlag mit 9000 Euro in Bar erwischt und wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung befragt. Nach mehreren Monaten der Überwachung wurde das Zuhause von Cornelius Gurlitz im Morgengrauen durchsucht. Die Ermittler fanden dabei zu ihrer Verblüffung eine Wohnung voller Kunstwerke vor und dazwischen einen ausgesprochen irritierten, traurigen alten Mann. Insgesamt besteht Gurlitz Sammlung aus ca. 1600 Werken. Cornelius Gurlitz hatte sie von seinem Vater Hildebrandt geerbt. Dieser war in Geldwäsche von Kunst verwickelt, die die Nazis nach 1937 gestohlen hatten. Hildebrandt Gurlitz war Cornelius Gurlitz Vater und ein extrovertierter, ehrgeiziger und erfolgreicher Kunstdirektor. Er verlor zu Beginn des Naziregimes seine Position als Kurator in Hamburg. Er war zu einem Viertel jüdisch, hatte eine jüdische Großmutter und durfte unter den strikten Rassengesetzen der Nazis seine Position nicht behalten. Als die Nazis in die Macht kamen, ordnete Hitler an, dass entartete Kunst, so nannte er alle, fast alle Werke der modernen Malerei, beschlagnahmt werden sollte. Insgesamt waren es 16.000 Kunstwerke. Vier Männer wurden vom Regime aus erwählt, um diese Werke zu verkaufen. Hildebrandt Gurlitz war einer davon. Wir müssen ihn als einen bewussten Profiteur äußerst zwielichtiger Geschäfte sehen, bei denen mit gestohlenen, als entartet eingestuften Werken Kunstwäsche betrieben wurde. Er erwarb Werke, die offiziell aus deutschen Museen verschwunden waren. Einige davon gelangten in seine Privatsammlung. Außerdem kaufte er während der deutschen Besatzung Kunstwerke in Paris. Einige Stücke stammten aus noch tragischeren und finsteren Umständen. Die antisemitische Verfolgung der Nazis zwang viele Juden, ihre Wertsachen zu verkaufen, um Steuern oder Visa zu bezahlen, mit denen sie dem sicheren Tod zu entrinnen hofften. Hildebrandt nutzte diese jüdischen Familien aus. Er sagte sich, er täte ihnen einen Gefallen, indem er ihnen das Geld gab, das sie brauchten. Tatsächlich aber erstand er die Werke zu Spottpreisen und trieb damit den Wert in den Keller. Das war im Grunde Diebstahl. Er profitierte vom Leid und der Verzweiflung derer, die sich von wertvollen Kunststücken trennen mussten, nur um zu überleben. Doch dieser unehrenhafte Gewinn brachte der Familie Gurlitt weder Freude noch Glück. Hildebrandt wurde bei einem Autounfall getötet und seine Frau starb in den 1960er Jahren. Die Sammlung ging an ihren Sohn Cornelius, der ebenfalls ein scheinbar verfluchtes Leben führte. Der Fund wurde nach seiner Entdeckung im Jahr 2012 von deutschen Behörden über ein Jahr lang geheim gehalten. Doch als ein Whistleblower die Geschichte publik machte, entbrannten Kontroversen. Die Behörden dachten wohl, sie könnten die Details der Sammlung und die genauen Besitzansprüche sowie einige der schwierigen Fragen aufklären. Die Schattenseite der langen Wartezeit vor der Veröffentlichung des Fundes war jedoch, dass die rechtmäßigen Erben einiger der Werke schon recht alt waren. Ihnen die Informationen vorzuenthalten, könnte sie der Möglichkeit berauben, die Kunstwerke zurückzubekommen. Verschiedene deutsche Ministerien stellten eine Taskforce internationaler Experten zusammen. Nachforschungen ergaben, dass 14 Werke definitiv von bekannten Besitzern gestohlen wurden. Sie wurden zurückgegeben. Allerdings ist der Besitz von bis zu 700 Werken nicht klar festzustellen. Wir wissen nicht genau, durch welche Hände diese Werke während der Nazizeit gewandert sind, was sie höchst problematisch macht. Noch problematischer sind die Eigentumsgesetze in Europa. Nach einer gewissen Zeit erlangt der aktuelle Besitzer ein Teilbesitzrecht, ganz gleich wie die Werke in seinen Besitz gelangt sind. Die Frage nach dem Warenbesitzer ist daher auch eine ethische, da die Gesetzeslage viel Spielraum lässt. Mit der Veröffentlichung der Geschichte stand der zurückgezogene Cornelius Gurlitt mit seiner finsteren Familiengeschichte plötzlich weltweit im Rampenlicht. Nach dem Mediensturm, der der Entdeckung der Sammlung und der Presseveröffentlichung nachging, hatte Cornelius Gurlitt eine schwierige Zeit. Seine komplette Familiensammlung wurde ihm weggenommen und er stand völlig im Regen. Er war zu der Zeit ein recht alter Mann. Er hatte Herzprobleme und all der Trubel und die kriminellen Anschuldigungen, die er für unverhielt, lösten ernsthaften Stress aus. Er wurde interviewt und sagte, er sehe seinen Vater als Helden, weil er diese Werke von den Nazis gerettet hatte. Er selbst beschützte sie vor der Nazi-Verfolgung, die in seinen Augen noch lange anhielt. In den wenigen Interviews, die Cornelius Gurlitt gab, wurde deutlich, dass er eine krankhafte Obsession für die Gemälde hatte. Cornelius fühlte sich seiner Kunstsammlung äußerst verbunden und man sagt, er habe einige Stücke wie Familienmitglieder behandelt. Er hegte und pflegte sie und interagierte mit ihnen wie mit seiner Familie. Sie zu besitzen, sah er als sein Geburtsrecht an. Als Cornelius über Weihnachten 2012 im Krankenhaus lag, vertraute er seinen Anwälten an, dass er noch einen weiteren Fundus an Kunstwerken in seinem Heim in Salzburg versteckt hielt. Bezüglich dieser Sammlung war er sogar noch geheimniskrämerischer, was anscheinend daran lag, dass er sich wegen des äußerst baufälligen Zustandes des Hauses schämte. Man fand noch mehr Werke, unter anderem von Rodin und Cézanne, sowie ein Werk von Monet, das in einem Koffer entdeckt wurde. Mit seinem ganzen Leben vor der Welt entblößt, fiel endlich ein gewaltiger Druck von Cornelius Gurlitt ab, der ihn lange festhielt. Für Cornelius Gurlitt war die Sammlung zu einer enormen Bürde geworden. Über die Jahre der erzwungenen Geheimhaltung war er offensichtlich paranoid geworden. Und letztendlich konnte er sich in seinem Zustand nicht mehr angemessen um die Werke kümmern. Er starb im Mai 2014 im Krankenhaus. Auf seinem Totenbett verfasste er ein neues Testament und vermachte seine komplette Sammlung dem Kunstmuseum in Bern in der Schweiz. Das war eine erstaunliche Nachricht, die mit einer Menge Verantwortung einherging. Das Kunstmuseum in Bern versucht, das Richtige zu tun. Wo Beweise ans Licht kommen, dass ein Stück von den Nazis gestohlen worden sein könnte, übergeben sie es den Familien der Opfer. Hitler, seine Gefolgsleute und ihre Streitkräfte plünderten Europa aus. Sie stahlen Kunstwerke, sie erpressten, sie nahmen alles, was anderen gehörte, und nur wenige Werke fanden ihren Weg zurück. Das gab uns einen Einblick in etwas, das man als modernen Fluch betiteln kann. Einer, der auch die Gurlitz-Sammlung umgibt. Eine Geschichte über Gier und Diebstahl und über die Zurückhaltung, mit der Regierungen die Verbrechen angehen, die ihre Vorfahren begangen haben. Wer weiß, welche verlorenen Kunstwerke und Artefakte sich hinter verschlossenen Türen und in abgesperrten Dachböden verbergen. Schätze mit dunkler Vergangenheit, die von Menschen mit dunklen Herzen gesammelt werden. Nun führt uns unsere Jagd auf verlorene Schätze in das Ötztal in den Alpen. Zurück in das Kupferzeitalter, als der Kampf ums Überleben Alltag war. Vor 5300 Jahren brach in den Ötztaler Alpen zwischen Österreich und Italien ein Jäger mittleren Alters zusammen und blieb von Eis und Schnee bedeckt, fünf Jahrtausende unbehelligt liegen. Im Jahr 1991 wanderte ein deutsches Paar in den Ötztaler Alpen und stieß auf etwas, das sie für die Leiche eines anderen Bergsteigers hielten. Als sie näher hinsahen, stellten sie fest, dass es kein moderner Mensch war, es war der Jäger. Aufgrund seines Fundortes nannte man ihn schon bald Ötzi, den Mann aus dem Eis. Sein hervorragend erhaltener Körper wurde zu einem wissenschaftlichen Werkzeug von unschätzbarem Wert. Er half, das Leben in dieser Region und zu dieser Zeit zu verstehen. Doch das, was mit denen oder zumindest einigen von denen geschah, die mit Ötzi in Kontakt kamen, heizte den Mythos an. Ötzi, der Mann aus dem Eis, sei verflucht. Hinterkopf und Rücken raten aus der Eisschicht heraus. Also riefen sie die österreichische Polizei, die wiederum den forensischen Pathologen aus Innsbruck, Rainer Henn, mitbrachte. Sie hieften den Körper aus dem Eis und brachten ihn nach Innsbruck. Als sie den Körper sicherstellten, fanden sie ungewöhnliche Gegenstände. Darunter ein Messer und eine Axt. Ursprünglich dachten sie, jemand hätte in den Bergen einen Unfall erlitten. Konrad Spindler war Professor an der Universität von Innsbruck und arbeitete als Archäologe. Er war der Erste, der meinte, dass dieser Mann mindestens 4000 Jahre alt sein musste. Natürlich kamen sofort Medien aus aller Welt nach Innsbruck, um ihn zu sehen, zu fotografieren und über den Fund einer 5000 Jahre alten Mumie zu berichten. Es dauerte nicht lange, da brach ein Streit darüber aus, wem der berühmte und wertvolle Eismann gehörte. Ein Streit, der sieben Jahre lang andauerte. Der Ort liegt in 3200 Metern Höhe in den Bergen und sie mussten genau prüfen, wo die italienisch-österreichische Grenze lag. Der Eismann war etwa 92 Meter tief im italienischen Gebiet gefunden worden. Es dauerte eine Weile, doch schließlich verloren die Österreicher und Italien erhielt das Besitzrecht für diesen unfassbar wertvollen Fund. Die Geschichte hinter diesem Fund ist so besonders, dass ein ganzes Museum ihrer Nacherzählung gewidmet wurde. Wir empfangen über 300.000 Besucher pro Jahr aus Kanada, aus Neuseeland, von überall her. Seit seiner Entdeckung vor über 30 Jahren wurde Ötzi kontinuierlich wie ein Zeitreisender erforscht. Er öffnete ein Fenster in seine Welt und zeigte uns, wie er unter den brutalen Bedingungen überlebte. Wir stellen sie uns immer primitiv vor, aber das waren sie nicht. Das sieht man zum Beispiel an Ötzis Ausstattung. Sie ist sehr durchdacht. Sein Bogen bestand aus Eibenholz. Er wusste, dass es dafür am besten geeignet war. Dasselbe gilt für die Pfeile. Er hatte auch eine Kupferaxt. Und diese Klinge ist bedeutend, weil sie nicht nur eine Waffe, sondern auch ein Statussymbol dieser Zeitperiode war. Die Analyse des Kupfers ergab, dass die Axt aus der Toskana stammte. Was Ötzi abhebt, ist sein solide gearbeitetes, organisches Material, mit dem er dem Wetter trotzte. Gefütterte Schuhe, die seine Füße warm hielten. Ein Umhang, der ihn vor dem schlimmsten Wetter schützte. Ein Behälter aus Birkenborke, ein Köcher mit Pfeilen. Ötzi ist nach seinem Tod derart schnell gefroren, dass seine Haut, Nägel und Organe die Jahrtausende überdauerten und uns einen Einblick in seine letzten Stunden ermöglichten. Die meisten entdeckten Mumien haben weder Magen noch Därme, die untersucht werden könnten. Dieser Fund ist also einzigartig. Wir wissen, dass er seine letzte Mahlzeit nur wenige Stunden vor seinem Tod eingenommen hatte. Er aß einen Mix aus Getreide, Fleisch und Gemüse. Untersuchungen zeigten, dass das Fleisch eine Mischung aus Hirsch und Steinbock war und einen hohen Fettgehalt aufwies. Das heißt, Ötzi wusste um die Vorteile einer fetthaltigen Mahlzeit. Das war für seine langen Wanderungen in der Kälte nützlich. Er hatte auch ein paar Schlehenbeeren in seiner Tasche. Das ist eine recht bittere Frucht, die einen hohen Vitamin C-Gehalt hat. Das scheint seine Wegzehrung gewesen zu sein. Ötzi hatte etwa 62 verschiedene Tattoos, die mithilfe einer bestimmten Kohlensorte unter die Haut gebracht wurden. Sie liegen an bestimmten Punkten, die auch in der Akupunktur benutzt werden, weil sie bestimmte Effekte auf die inneren Organe und Gelenke haben. Wir sahen Beweise für Arthrose an seinem Körper und stellten fest, dass die Tattoos an den entsprechenden Stellen angebracht sind, an denen er offenbar Schmerzen hatte. Doch wie ist Ötzi gestorben? Jahrelang blieb diese Frage unbeantwortet. Bis ein CT-Scan zehn Jahre nach seiner Entdeckung eine dunkle Erklärung lieferte. Ötzi ist das weltweit erste bekannte Mordopfer. Ursprünglich dachte man, Ötzi sei erfroren. Und dann kam die Theorie auf, er sei bei einem Jagdunfall gestorben. Man fand 2001 eine Pfeilspitze in seiner linken Schulter. Und heute wissen wir, dass er getötet wurde. Dieser Pfeil durchstach seine Schlüsselbeinarterie. Das ist eine sehr grosse Arterie. Und wird sie verletzt, hat man wenig Zeit, bevor man verblutet. Er wurde von hinten erschossen. Sein Mörder stellte sich ihm nicht direkt, vermutlich, weil er ein guter Krieger und Kämpfer war. So tötete man ihn hinterrücks. Er hat an seiner Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger, eine tiefe Verletzung, die bis zum Knochen geht. Der forensische Pathologe identifizierte sie als Selbstverteidigungswunde. Sie ähnelt Fällen, in denen jemand das Messer seines Angreifers an der Klinge packt, um sich zu schützen. Wir wissen, dass er in einen Kampf verwickelt war, aufgrund dieser Verletzung an der rechten Hand, die ungefähr 36 bis 45 Stunden vor seinem Tod erfolgt sein muss. Es gibt Hinweise auf eine schwere Kopfverletzung. Seine rechte Wange hat beispielsweise eine andere Farbe, was auf eine lokale Blutung oder ein Hämatom hindeutet. Wir müssen annehmen, dass er in eine Auseinandersetzung verwickelt war, in der er ähnlich stark austeilte, wie er einstecken musste. Vielleicht war er selbst der Bösewicht. Wir können es nicht wissen. Doch entfachte Ötzi's brutaler Tod einen Fluch? Seit sein Körper aus dem Eis entnommen wurde, erlitten viele, die mit ihm gearbeitet haben, ein vorzeitiges Ende. Angefangen mit dem deutschen Touristen Helmut Simon, der ihn entdeckt hatte. Er starb bei einem Unfall am Berghang. Das war der erste Tote. Winnen einer Stunde, nach Helmut Simons Beerdigung, starb Dieter Wenicke, der die Bergungsmission, der Bergrettung geleitet hatte, an einem plötzlichen Herzinfarkt. Und kurz darauf geriet Kurt Fritz, ein weiteres Mitglied des Bergungstrupps, in einen tödlichen Unfall. Es war ein Felsrutsch. Dabei war er ein erfahrener Bergsteiger. Wie war er dort hineingeraten? Und wieso war er der Einzige aus seiner Gruppe, der starb? Je mehr Menschen starben, desto größer wurde die Idee, es könne sich um einen Fluch handeln. Ein paar Monate nach Fritz' Tod starb Rainer Hölzel, der einzige Mann, der Ötzi's Leichnam filmen durfte, an einem Hirntumor. Er war nur 47 Jahre alt. Außerdem starb Rainer Henn, der forensische Pathologe, bei einem Verkehrsunfall. Er war einer der ersten, die Ötzi's mumifizierte Leiche begutachteten. Er war der Leiter des Teams, das sich mit Ötzi's Herkunft und seinem wissenschaftlichen Wert befasste. Als nächstes starb Konrad Spindler, der Ötzi's Leiche untersucht hatte. Er hatte über die Idee eines Fluchs gelacht und gesagt, ihr denkt wohl, ich bin der Nächste. Er litt an einer chronischen Erkrankung und verstarb vor einigen Jahren. Und schließlich traf es Dr. Tom Loy. Er führte die DNA-Analyse durch und war dabei, ein Buch über Ötzi fertigzustellen, als auch er plötzlich starb. Doch gibt es eine andere Erklärung für all diese Tode? Einige der verstorbenen Leute hatten die Mumie untersucht. Aber man muss bedenken, dass über die letzten 30 Jahre mehrere hundert Wissenschaftler mit Ötzi gearbeitet haben und sie leben noch. Ich arbeite hier seit 20 Jahren und es geht mir gut. Letztendlich ist Ötzi, der Mann aus dem Eis, vermutlich das wertvollste wissenschaftliche Fenster in die Welt vor 5300 Jahren. Er ist eine unschätzbare Ressource für die Wissenschaft und kein Wirt für irgendeinen übernatürlichen Fluch. Alle, die kommen, um den Mann aus dem Eis zu sehen, sollten sich fragen, ob sie glücklich wären, wenn ihr Tod zur Sehenswürdigkeit würde. Würden sie all jene verfluchen, die ihren Totenschlaf stören? Das finale Ziel auf unserer letzten Jagd nach verlorenen Schätzen liegt in einem Gebiet bekannt als die Hellcreek-Formation, die im Mittleren Westen Amerikas liegt. Dort streiften Dinosaurier zur Kreidezeit frei umher. Und ihre Fossilien zeugen selbst 66 Millionen Jahre nach ihrem Aussterben von dieser Zeit. Im Jahr 1987 erforschte der Amateur-Paleontologe Stan Zachrisson die Flora der Gegend, als er einen riesigen Knochen aus einem Hang tragen sah. Er war auf die fossilen Überreste eines riesigen prähistorischen Dinosauriers gestoßen, eines gewaltigen T-Rex. Stan erbat Hilfe beim Black Hills Institute, einer Firma von kommerziellen Dinosaurierjägern, unter der Führung von Peter und Neil Larsen. Die Larsens wurden später berüchtigt wegen ihrer Beteiligung an nicht bloß einer, sondern zwei umstrittenen T-Rex-Entdeckungen. Der T-Rex wurde zu Ehren seines Finders Stan getauft. Stan wurde im Black Hills Institute ausgestellt und war augenblicklich geliebt. Er wurde zu einem internationalen Star. Doch in dieser Prominenz lag die Saat für einen Streit, der Jahrzehnte andauern sollte. Dinosaurier haben die Menschen schon seit ihrer ersten Entdeckung fasziniert. Und der beliebteste und angsteinflößendste war der mächtige Tyrannosaurus Rex. Der T-Rex ist in den Augen vieler Leute das größte und stärkste Raubtier, das die Erde je gesehen hat. Diese unglaubliche, große, fleischfressende Maschine. Er ist ein echtes Aushängeschild für die Paläontologie, mit all den Gussattrappen und echten Exemplaren, die weltweit ausgestellt werden. Besonders Kinder sind inspiriert von der Größe und den riesigen Zähnen. Wir wissen, dass diese Tiere vor 68 bis 66 Millionen Jahren wirklich gelebt haben. Stan wurde nahe der kleinen Stadt Buffalo in den Steinen der Hell Creek Formation gefunden. So nennen wir diesen Felsabschnitt, der sich in der späten Kreidezeit vor ca. 66 bis 67 Millionen Jahren geformt hat. Stan Sakrisson, der Paläontologe, arbeitete mit dem Team von Pete Larsons Crew vom Black Hills Institute zusammen. Er fand einige Knochenfragmente und leitete ab, dass sie von einem größeren Exemplar stammen mussten. Vielleicht sogar von einem Skelett. Pete Larsson und seine Crew kehrten ein paar Jahre später zurück und gruben die Knochen aus. Pete ist ein kommerzieller Paläontologe. Er ist einer der besten, die ich kenne. Er ist wie ein Bluthund, wenn es um das Aufspüren von Dinosaurierknochen geht. Und er ist sehr gut darin, sie aus der Erde zu holen, zu reinigen und auszustellen. Als die Knochen zusammengetragen wurden, erkannten Peter Larsson und die weitere Paläontologengemeinschaft schnell ihre Bedeutsamkeit. Wir sprechen hierbei ein Tier von der Größe eines Busses. Etwa 13 Meter lang, aufrecht bei der Hüfte gemessen etwa 4 Meter hoch. Das war ein nahezu ausgewachsener T-Rex. Ein gewaltiger Dinosaurier. Genau dieses Bild haben wir bei einem T-Rex vor Augen. Stan ist eins der besten T-Rex-Skelette, die je gefunden wurden. Wegen seines außerordentlich gut erhaltenen Schädels konnten Paläontologen viel über die Beißkraft des Tyrannosaurus herausfinden. Wir konnten die Größe der Muskeln ermitteln und wie weit sich das Maul öffnete. Mit den riesigen, knochenzermalmenden Zähnen und seiner Kieferstärke konnte der T-Rex so ziemlich alles binnen Sekunden vernichten. Er ließ Knochen splittern und verschluckte sie beim Fressen mit. Mit der weltweiten Beliebtheit von Stan, sowohl bei Wissenschaftlern wie auch Dinosaurier-Fans, wuchs auch die Bekanntheit des Black Hills Institute. Sie ersahnen erfolgreich Pläne, ihren wertvollen Besitz zu monetarisieren. Jahrzehntelang waren Peter und Neil Larson, die Stan im Black Hills Institute ausstellten, die Rockstars unter den Dinosaurier-Jägern. Ihre Ausgrabungen und Entdeckungen waren wegweisend und brachten ihnen eine Menge Ruhm. Das Institut war auf Gewinnmaximierung ausgelegt und sie verdienten gutes Geld mit Stan. Sie erlaubten Abgüsse von seinem hervorragend erhaltenen Skelett zu machen, sodass Repliken verkauft werden konnten. Man erkennt die kommerzielle Absicht des Instituts an den Preisen. Diese Harzgüsse wurden für 100.000 Dollar pro Stück an andere Museen verkauft. Sie führten außerdem ein einzigartiges Verleihprogramm ein, bei dem Abgüsse von Stan für 20.000 Dollar vermietet wurden. Doch mit Geld und Erfolg ging der Fluch der Gier einher. Es gab Streitigkeiten über den rechtmäßigen Besitzer des Black Hills Institute und die Frage, wer Anspruch auf den Hauptteil der Gewinne hatte, die mit dieser Sammlung erwirtschaftet wurden. Der Fall ging vor Gericht und zog sich lange hin, bis man eine Einigung erzielte. Peter Larsen sollte das Institut und seine 100.000 unglaublich wertvollen Exemplare behalten. Und Neil Larsen sollte als Kompensation das riesige Skelett von Stan, dem T-Rex, bekommen. Dessen Wert wurde zu der Zeit auf circa 5 Millionen Dollar geschätzt. Stan würde bei einer Auktion verkauft werden. Würde damit dieses unersetzliche Fossil der Wissenschaft für immer verloren gehen? 2021 wurde Stan zur Auktion freigegeben, was eine Reihe von Paläontologen wie mich sehr besorgte. Wir fürchteten, das Skelett würde im Anwesen irgendeines Oligarchen verschwinden und nie mehr gesehen werden. Als Neil Larsen Stan verkaufte, sorgten sowohl der Preis als auch der neue Besitzer für eine große Überraschung. Er wurde letztlich für 31,8 Millionen Dollar verkauft und setzte damit einen neuen Rekord für den teuersten je verkauften Dinosaurier. Das besorgte uns zutiefst. Denn wenn Dinosaurier zu solchen Summen gehandelt werden, können Museen und Universitäten sie sich nicht mehr leisten. Gerüchte besagten, dass Stan bei einem Filmstar in Hollywood oder einem Technikgiganten gelandet war, wie es schon mit anderen Exemplaren vorgekommen war. Eines der ausgefallenen, aber plausiblen Gerüchte war, dass Dwayne The Rock Johnson ihn gekauft hätte. The Rock ist ein bekannter Dinosaurier-Enthusiast und 2022 gab er von zu Hause ein Interview, in dem man den Schädel eines T-Rex sehen konnte. Also spekulierten die Leute, ob er derjenige gewesen war, der das Fossil ersteigert hatte. War The Rock der anonyme Käufer? Paleontologen und Dinosaurier-Fans auf der ganzen Welt atmeten erleichtert auf, als publik wurde, dass Stan vom Naturhistorischen Museum in Abu Dhabi gekauft und für die Wissenschaft und ihre Ausstellung gesichert worden war. Doch hat der Verkauf von Stan trotz dieser glücklichen Wendung einen Fluch heraufbeschwoben? Stan's Verkaufspreis mag der wahre Fluch sein, da nun das Preismaß von 31,8 Millionen Dollar gesetzt wurde, das auch für künftige Fossilien angesetzt werden könnte. Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus war der Verkauf von Stan schlecht, da er den Verkauf von weiteren Dinosaurier-Fossilien anregte und das Denken in Richtung des Marktwerts anstelle des wissenschaftlichen Wertes verschob. Doch es gibt noch einen letzten Haken in dieser T-Rex-Geschichte. Im Jahr 2022 wurde Shen, ein weiterer T-Rex, zur Versteigerung angeboten und sollte 25 Millionen Dollar erzielen. Doch bald entbrannte eine Kontroverse. Larsen beschwerte sich öffentlich und ungehalten, dass Shen als echter Dinosaurier ausgegeben wurde, obwohl er in Wahrheit zu großen Teilen eine Kopie von Stan war. Die Auktion wurde abgebrochen und Shen wurde nicht verkauft. Doch auch hinter diesem traurigen Teil der Geschichte steht die Realität von Stans eigener Popularität. Er war ein derartig bedeutender Fund. Sein Skelett war in derart gutem Zustand, dass die Abgüsse, die man von ihm angefertigt hatte, genutzt werden konnten, um andere Dinosaurier nach Belieben zu ergänzen. In gewisser Hinsicht trägt er damit die Saat der Zerstörung des eigenen Rufs und seiner Monetarisierung in sich. Vielleicht ist das der wahre Fluch von Stan, dem T-Rex. Stan ist einer der meistfotografierten und wiedererkennbaren Dinosaurier der Welt. Wenn Sie je einen T-Rex in einem Museum gesehen haben, stehen die Chancen gut, dass es eine Kopie von Stan war. Es gibt etwa 60 Abgüsse von diesem Dinosaurier, die über den Globus verteilt sind. Dinosaurierknochen mögen hoch im Kurs liegen. Doch sie scheinen ihren Findern nichts als Ärger zu bringen, wie Peter Larsen sicher zustimmen würde. Hoffentlich hat er mit seiner nächsten Entdeckung mehr Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017